Ja, herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 374. Mein Name ist René Außerdem mit dabei, der Marvin, der Dennis und der Basti. Und wie ihr jetzt ja gerade feststellt, ihr hört ihn noch nicht. Das liegt daran, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, diese Woche Termin nicht zueinander zu kommen, weil unsere Kalender so dermaßen mit Dingen voll sind. Wir euch aber in dieser englischen Woche nicht allein lassen wollten. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass jeder von uns das mal irgendwie einspricht, was er zu Schalke meint, was er mit dem Ausblick auf Köln und Paderborn so empfindet. Und ich sitze jetzt hier gerade in Düsseldorf in einem wunderbaren Hotel und versuche das alles zusammen zu schneiden. Und ich fange jetzt auch direkt mal mit dem Schalke-Thema an und dann werde ich euch danach in weiß noch nicht welche Reihenfolge die anderen drei hier reinschneiden. Ich bin immer noch so ein bisschen grumpy bei dem Spiel, weil ich schon denke, dass Schalke nicht wirklich gut war. Und wenn das anders da läuft, wir auch durchaus da mindestens mal einen Punkt, wenn nicht sogar drei Punkte mitnehmen. Weil was so die Laufleistung und das alles angeht, auch mit der Vielzahl der Spiele. Und ich weiß, das hört man viel zu oft und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Ausrede. Aber ich fand das jetzt tatsächlich nicht schlecht. Über die Wechsel muss man jetzt irgendwie streiten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Chandler da auf rechts irgendwie so die gute Wahl war. Aber es waren ja durchaus Möglichkeiten da, wenn wir unsere Chancen ein bisschen konsequenter da halt schon irgendwie nutzen. Und was mich halt tadellos nervt oder absolut nervt, und das werden die anderen auch sagen, ist immer dieses, uns fällt nichts Besseres ein. Langer Ball auf Kostetsch auf der linken Seite. Und das ist alles irgendwie total nervig. Die stehen dann zu dritter um den rum. Das kann es doch auf Dauer ernsthaft nicht sein. Also ich bin da echt so ein bisschen grumpy und bin jetzt gerade mal gespannt, was die anderen dazu sagen. Und ja, dann hört ihr mich gleich wieder, wenn es um den Ausblick auf Paderborn geht. Und Köln natürlich. Gude. So, heute mal direkt frisch aus dem Krankenbett ein paar Einschätzungen zu der Sache auf Schalke. Ich finde, die Eintracht war verbessert, deutlich besser als gegen Gimaraes, fand ich. Es war ein kleiner Aufwärtstrend. Durch einen extrem blöden Fehler dann halt in den Rückstand geraten. Die Sache mit Nübel, naja, die wurde wahrscheinlich auch schon hinreichend diskutiert. Ist auf jeden Fall ein übles Foul gewesen. Wird dafür seine gerechte Strafe erhalten. Dann ist die Sache aber auch ergessen. Ist aber auch schon so, dass man froh sein kann, dass Gatschinovic nicht noch härter verletzt ist. Weil das sah schon krass aus. Aber das lenkt ehrlich gesagt nur so ein bisschen vom spielerischen ab. Denn was wir ganz klar festhalten müssen, ist, dass die Eintracht, leider, leider, die sind nicht fertig. Also ich glaube, die Physis ist noch da. Ich glaube, dass sie es noch schaffen. Aber sie haben gerade kein festes Konzept mehr, um offensiv zu arbeiten. Also man merkt, es gibt kaum Durchbruchstationen. Es gibt kaum Varianten, wie du natürlich die Schalke oder auch andere Mannschaften knacken kannst. Die Sache ist die. Ich muss aber zugleich auch sagen, dass ein Spiel gegen die Schalke für mich jetzt kein Gradmesser in dem Sinn ist, dass ich sage, okay, da musste die Eintracht gewinnen. Das war es nicht. Die haben es verloren. Es war auch teilweise echt ärgerlich, weil du hattest zweistrittige Elfmetersituationen, die zu deinen Ungenutzen ausgegangen sind. Das kann passieren. Wenn du in einem Flow bist, bekommst du dir auch zugesprochen und dann läuft es. Das sind wir halt einfach nicht. Es sind gerade wieder die Wochen des Harten der Arbeitens. Und da müssen die Jungs und Mädels, also auch vom Team, aber hauptsächlich halt die Jungs auf dem Platz, müssen daran arbeiten, dass man sich das wieder erkämpft. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das bringt alles nichts. Jetzt irgendwie Trainerdiskussionen anzufangen, das halte ich nicht für sinnvoll. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu sagen, wir stehen jetzt bis zum Winter alle zusammen, überlegen dann mal, beziehungsweise die Verantwortlichen überlegen dann mal, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Und da meine ich nicht Personalkonsequenzen oder personelle Konsequenzen, sondern viel eher auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Das wäre für mich wichtig. Und da muss die Eintracht aktiv werden. Aber ganz klar ist halt auch, wir müssen halt sehen, wie es jetzt weitergeht. Ein kleines positives Zwischenfazit. Wir spielen in der nächsten Europacup-Runde gegen Salzburg. Eigentlich ein sympathisches, gutes Los, wenn da nicht der Verein wäre. Red Bull Leipzig, Ableger kann man fast sagen, Red Bull Salzburg, ist ein Scheißgegner, weil er schwierig ist, weil er nervig ist, qualitativ hochwertiges Spiel hat. Und, und das ist das allergrößte Problem für unsere Auswärtsfahrer, wenn wir uns dann wieder auf den Weg machen wollen, das Stadion ist viel zu klein. Also es wird nicht viele Karten geben. Das ist richtig bitter. Normalerweise kannst du eigentlich dort schon eskalieren und es schon gut knallen lassen. Aber dafür muss halt die Anzahl der Tickets gewährleistet sein. Mal gucken, ob die Eintracht da noch ein bisschen was rausholt. Vielleicht wird irgendwie StubHub der Freund für viele Leute. Und ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass sonderlich viele Salzburger eine ganz, ganz große Affinität zu dem Spiel haben werden. Insofern ist da definitiv was möglich für einige Fans der Frankfurt-Eintracht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Das sind zwar krasser Red Bull-Wochen dann, aber das sollten wir irgendwie hinbekommen. Und dann geht es rund. Und bis dahin wird die Eintracht sich auch wieder in einem anderen Gewand, in einer anderen Stärke zeigen. Es ist vielleicht auch ganz interessant, jetzt mal dieses Tief zu haben und dafür in der Rückrunde jetzt vielleicht, wir wissen es nicht, aber vielleicht eine stabilere Rückrunde zu spielen. Kann alles möglich sein. Wir sollten uns nach dem Spiel gegen Schalke zumindest nicht gräben. Da bin ich optimistisch. Wow, das ist natürlich super ärgerlich, dass du es heute mal wieder nicht geschafft hast, auf Schalke auch nur einen Punkt mitzunehmen. Nachdem du schon dann sogar zehn gegen elf spielst, du hast die Möglichkeit, du hast hier ja wieder einige Halbchancen zumindest erspielt, unglaublich viele Flanken, unglaublich viele Ecken wieder. Also du hast eigentlich wieder alles dabei und dann am Ende, du kriegst erstens keinen Ball vornherein, System grauenvoll, wieder wie jede Woche könnte man hier ja denselben Käse erzählen. Und auf der anderen Seite kommt dann noch dazu, dass dann so ein individueller Blackout eines Abwehrspielers dazu führt, dass du im Aufbauspiel den Gegner eigentlich zum Tor einlädst und Schalke das momentan halt gnadenlos ausnutzt. Super ärgerlich, super, super ärgerlich und unnötig. Wenn man sich die Mannschaft anschaut, war ich eigentlich recht angetan, insbesondere von den Aufstellungswechseln, dass du mal gesagt hast, okay, wir wollen eventuell ein bisschen mehr Druck mal über rechts bringen. Und du hast einen Chandler spielen lassen, der in meinen Augen auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Auch ein Gasinovic hat wirklich meiner Meinung nach ein sehr ordentliches Spiel gemacht. An der Stelle muss man auch kurz drüber sprechen. Die Szene mit Nübel war natürlich krass, insbesondere, ja, hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Hoffentlich ist er beim nächsten Spiel am Mittwoch wieder einsatzbereit. Ja, es ist, ich bin sehr, sehr positiv auch überrascht gewesen. Dost hat für mich ein okayes Spiel gemacht. Er scheint wirklich nur diese Problematik mit dem Nerv gewesen zu sein. Er hat ordentlich, ordentlich von als einzige Spitze gespielt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, natürlich fehlt es uns, dass wir Tore schießen und ja, endlich mal wieder dieser Fluch gebrochen wird, dass unsere Stürmer treffen. Das große Problem ist aber eher für mich, das System hat heute mal wieder nicht funktioniert. Ich muss sagen, über weite Teile fand ich es sogar besser, mit nur einer Spitze zu spielen. Paciencia kam ja dann für Gasinovic nach dem üblen Foul von Nübel. Aber ich fand, der Wechsel hat der Eintracht und dem System nicht gut getan. Die Flanken, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Jede Flanke von Kostic über links und jeder weiß mittlerweile, wie er ihn zu verteidigen hat. Und es ist wirklich traurig. Ich hoffe wirklich, dass die Eintracht hier erstens nochmal reagiert und zweitens, dass auch ein Hütter insbesondere. Und da muss man wirklich sagen, da wird es jetzt Zeit, dass Hütter das erkennt, das System ändert und einfach breiter auch mal aus dem Mittelfeld abziehen lässt. Dass die Spieler, Gasinovic, Kamada, einfach jetzt zur Antwort übernehmen. Auch ein So, ich will einfach, dass diese Situation nicht mehr immer nur auf die Außen ausgetragen wird. Und dann wird versucht, sinnlos reinzuflangen, weil wieder so viel Mist dabei, Ecken mehr als genug und so weiter. Wir sind natürlich auch die schlechteste Auswärtsmannschaft dieser Saison oder der Hinrunde zumindest. Und wir müssen jetzt nicht gucken, klar musst du dann auch über Konter und etc. etc. Klar, können wir über alles reden. Das große Problem ist für mich aber, du musst das System ändern. Und da ist Hütter gefragt, da Variabilität reinzubringen, zu schauen, dass wir insgesamt torgefährlicher werden. Und wenn unsere Stürmer wieder treffen, umso besser. Nur mach es doch den Gegner nicht zu einfach. Das nervt einfach sonst nur noch. Gude und Grüße. Ja, ihr werdet auch schon was dazu gesagt haben. Ich weiß gar nicht, ob ihr so viel Neues beizutragen habt. Ja, Schalke war so ein bisschen Sinnbild für die Saison. Die Eintracht war nicht grottenschlecht, aber auch sehr, sehr ungefährlich. Irgendwie ist spielerisch der Wurm drin, das wissen wir ja. Es gibt zu viele formschwache Spieler. Und man hat jetzt probiert zu reagieren mit Chandler. Hat auch alles irgendwie nicht genau funktioniert. Schalke war, wie wir es erwartet haben, nicht übergut, aber trotzdem strukturiert und unangenehm. Eintracht hat tatsächlich auch keine wirklichen Riesenchancen gehabt. Selbst mit vermeintlicher Überzahl dann, wobei das ja keine war, weil Thoreau konnte ja gar nicht mehr sich wirklich bewegen. Hätte wahrscheinlich sogar noch den Ausgleich gemacht, wenn er sich hätte bewegen können. Ansonsten hätten wir mindestens einen von den beiden 50-50-Elfmetern kriegen können. Zu Nübel ist genug gesagt worden. Das ist eine klare rote Karte. Das ist ein geisteskrankes Foul. Tut mir leid, auch für die Bezeichnung, aber das geht gar nicht. Ja, aber damit muss es auch gut sein. Und ansonsten sehr ernüchternd, muss ich sagen. Aber auch nicht unerwartet. Ja, schauen wir mal auf Paderborn und Köln, beziehungsweise Köln und Paderborn ist ja die richtige Reihenfolge. Ja, wie so oft, wenn es gegen die Eintracht geht, scheinen andere Spieler gerade wieder so ein bisschen in Form zu kommen. Köln eigentlich schon mehr als klinisch tot gefühlt. Und kriegt jetzt so ein bisschen in Aufwärtsstellen doch wieder fest, von wegen, dass sie eigentlich keinen so schlechten Bundesliga-Kader haben und haben da gegen Köln, äh, gegen Leverkusen, nicht gegen Köln, zwei Tore gemacht. Vielleicht auch ein bisschen beglückt dadurch, dass Leverkusen zwei Spieler verloren hat. Aber, ja, scheinen gerade so ein bisschen im Auftrieb wieder zu sein. Kommt natürlich wieder absolut ungelegen für uns. Nichtsdestotrotz hat Köln in dieser Saison bislang nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und wir spielen auch noch zu Hause. Es ist das letzte Spiel. Da sind viele Spiele in den Knochen. Wir haben es schon erwähnt. Aber nichtsdestotrotz müssen da eigentlich drei Punkte her. Und das Gleiche gilt eigentlich auch auswärts gegen Paderborn. Also Paderborn ist jetzt auch so ein bisschen das Schlusslicht. Ein bisschen, die sind das Schlusslicht. Union hätte gegen die durchaus gewinnen müssen. Auch wenn da in der zweiten Hälfte nicht viel ging. Aber die waren eindeutig die bessere Mannschaft. Paderborn ist aus meiner Sicht einfach grottenschlecht. Und ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, dann kann es eigentlich nichts anderes geben. Außer sechs Punkte in den beiden Spielen. Allerdings werden das keine Leckerbissen. Das wird nicht schön anzusehen. Da werden nicht viele Tore fallen. Ich würde mich jetzt mit einem Tipp echt schwer tun. Und ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, während ich das hier aufnehme, ob die anderen einen Tipp abgegeben haben. Ich würde aber mal sagen, wenn, dann werden das irgendwie ganz knappe Siege mit einem Tor. Vorsprung maximal. Und da sind wieder viele Standards dabei. Und ganz ehrlich, ich frage mich auch nach wie vor noch, wer bei uns Tore schießen soll. Weil wenn es die Abwehr nicht tut, weder aus dem Mittelfeld noch aus dem Sturm, die können das so richtig, also ich weiß nicht, ich bleibe da einfach grumpy bei der Geschichte. Wie ich eben schon gemeint habe, es ist vollkommen akzeptabel zu sagen, du holst keine drei Punkte gegen Schalke. Da gibt es keinen Grund, wirklich sauer zu sein. Es ist halt einfach so, es hat nicht gepasst. Die Leistung war gut, aber da habe ich keine drei Punkte geplant. Aber ganz anders, ganz, ganz anders sieht es aus gegen Köln. Hier ist drei Punkte zu holen Pflicht. Denn ganz klar, Köln steht unter uns. Köln braucht auch die Punkte. Auch wenn sie jetzt gegen Leverkusen gewonnen haben, muss es doch für uns möglich sein, zu Hause im eigenen Stadion gegen diese mittelmäßige Ex-Armin-Fee-Mannschaft zu bestehen. Und das ist ganz wichtig für uns, denn aktuell ist Ruhe, vollkommen zu Recht. Aber wenn gegen Köln verloren wird, gegen einen wichtigen Punktelieferanten, und genau das muss er sein, dann wird es schwierig. Ich glaube trotzdem, dass die Eintracht es besteht. Ich glaube trotzdem, dass die Eintracht sich irgendwie nochmal zusammenreißt, nochmal ein Dreier holt, mit 21 Punkten dann aus diesem Spieltag rausgeht und dann relativ verlängst nach Paderborn fährt und sagt, okay, wir gucken mal, was da geht. Wenn es ein Punkt wird, wird es ein Punkt. Wenn mehr, dann noch mehr. Aber, dass wir zumindest das haben, das wäre wichtig. Und das hoffe ich auch. Deswegen sage ich 2 zu 0 für die Frankfurt-Eintracht. Aber wie gesagt, das ist das Du-or-Dai-Spiel vor der Winterpause. Daran entscheidet sich vieles. Das kommende Spiel gegen Köln. Ach du je. Mittwochabend, 20.30 Uhr. Zumindest zu Hause. Das ist etwas, was ich jetzt noch als Vorteil sehe. Auf der anderen Seite ganz harte Nummer. Gerade nachdem Köln es ja hinbekommen hat, 2 zu 0 gegen Leverkusen zu gewinnen, wird auf jeden Fall eine richtig, richtig schwierige Situation. Auch die Kölner werden unser System mittlerweile durchschaut haben. Wenn Hütter hier nicht ein bisschen variabler und ein bisschen in die Trickkiste packt, glaube ich, wird das auch wieder eine ganz, ganz schwierige Nummer. Ich hoffe, dass wieder mit Dost gespielt wird. Der hat mir noch am besten gefallen. Ich hoffe auch, dass Gasinovic spielen kann, dass Toro fit wird. Beziehungsweise dann auch wieder ordentlich sein Knie und sein Bein bewegen kann. Das sah ja alles nicht so gut aus. Ja, ich hoffe einfach, dass wir in voller Mannschaft, in voller Stärke auftreten können. Und wichtig wäre natürlich, dass wir hier Punkte holen und Punkte in Frankfurt behalten. Zu Hause sieht die Quote ja nicht ganz so schlecht aus. Es muss einfach viel mehr kommen. Leider Gottes glaube ich, dass wenn wir wieder die Situation haben, dass wir nur über Außen wieder nur versuchen, über Kostic die Bälle reinzubringen, dass auch Köln da ein Mittel finden wird. Dann können wir eigentlich froh sein, wenn wir mit einem Punkt rausgehen. Ich hoffe einfach, dass insbesondere Kamada Gasinovic, wenn er spielen kann, uns so einfach auch mal die Initiative über die Mitte übernehmen, vielleicht auch mal aus der zweiten Reihe abziehen und wir hier eventuell dann ein ordentliches Ergebnis und einen guten Ausklang zumindest zu Hause jetzt mal hinbekommen. Weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch weiter reinrutschen. Wenn wir Köln jetzt auch noch unsere Punkte in Anführungszeichen schenken, dann wird das da unten langsam knapp. Und darauf hat, glaube ich, keiner von uns Lust. Was ich auch hoffe, ist natürlich, dass der Videoschiedsrichter hier oder die Bewertung, das ist ja super schwierig, wann greift er heute ein, wann soll er nicht eingreifen. Heute beim Schalke-Spiel haben wir gesehen, waren zwei, drei Situationen dabei, wo man gedacht hat, ui, was ist denn da los? Warum wird er nicht eingegriffen? Warum wird er nicht gepfiffen? Warum wird er nicht nochmal kontrolliert? Es ist ein bisschen unglücklich auch für uns. Es ist tatsächlich auch ein bisschen Pech dabei. Aber Leute, bitte, wir müssen immer wieder einfach selbst weiterkämpfen, einfach selbst Vollgas geben. Die Mannschaft muss sich am Riemen reißen und insbesondere der Trainer muss einfach einen Schlüssel finden oder ein taktisches System finden, der es nicht sofort geschaut wird. Und da hoffe ich einfach, dass wir erstens jetzt in den paar Tagen noch was vielleicht auf die Reihe bekommen und zweitens, dass wir einfach gewinnen gegen Köln. Das wäre wichtig. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Spiel gegen Paderborn. Da geht es mir noch mehr darum, müssen wir einfach gewinnen. Auch wenn es auswärts ist, auch wenn es schwierig ist, da müssen die drei Punkte eingefahren werden. Da geht einfach nichts drüber. Ja, ich denke, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Auch denke ich, dass wir von der Qualität her auch zumindest die Stärke haben, dass selbst wenn Paderborn sich darauf eingestellt hat, auf unser System und unsere Stürme und unsere Abnehmer im Strafraum stark gedeckt werden und auch ein Kostic am Rand gut bearbeitet wird, dass da ein Ball reinfallen könnte, einfach weil die individuelle Qualität doch gegeben ist bei uns und wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch einen Ball mal reinbekommen und der reinfällt. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir generell einfach irgendwie die Bälle ins Tor bekommen. Vielleicht haben wir auch mal, in Anführungszeichen, Elfmeter Glück, Elfmeter erzwingen, sagt man ja doch immer, ist auch irgendwie möglich, in den Strafraum ziehen. Nur wir müssen uns einfach die Chancen erspielen. Wir dürfen nicht versuchen, diese Halbgurken, Halbflanken und diese Halbgare Spielweise weiterhin auf den Platz zu bringen, weil so wird es auch gegen Paderborn schwierig. Glaube ich aber im Moment noch nicht dran. Hier denke ich, dass wir auf jeden Fall Punkte mitnehmen und nicht nur einen, sondern sogar drei. Ja, im Ausblick auf die nächsten Spiele kann es, glaube ich, keine zwei Meinungen geben, liebe Freunde. Ich weiß, wir sind alle Eintracht-Fans, wir haben jetzt Angst, weil es nicht läuft. Aber es kann nur die Maßgabe sein, zu sagen, auch von der Mannschaft heraus her, zu sagen, okay, bald ist Weihnachten, wir haben jetzt noch zwei Spiele gegen Gegner, die können wir gewinnen. Egal, ob Köln jetzt wieder ein bisschen in der Spur zu sein scheint, aber das musst du zu Hause gewinnen. Und in Paderborn haben schon andere auch gewonnen. Die tun sich dann auch schwer, wenn die das Spiel machen müssen, man denen nicht so viel Platz lässt. Ich hoffe, dass Hütter das weiß. Das sind zwei Spiele, die musst du gewinnen. Und wenn du die gewinnst, dann hast du wie 24 Punkte. Dann bist du zumindest im gesicherten Mittelfeld und hast nicht diese Tendenz nach unten, wie wir gerade haben. Und ich glaube, dann beruhigt sich auch das Umfeld wieder ein bisschen. Die Mannschaft hat vielleicht ein bisschen mehr Zutrauen. Kannst du im Winter zwar nicht viel Kraft tanken, aber zumindest ein bisschen. Wer weiß, wer auf der Transferliste steht, beziehungsweise ob die Eintracht da plant, noch irgendwas zu machen. Oder ob Dost dann wieder fit wird oder dass Silver endlich mal reinkommt, wissen wir alle nicht. Aber Leute, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Taktisch ist es auch völlig egal, wer spielt. Du musst zu Hause gegen Köln gewinnen, aus die Maus. Flutwitz-Spiel, hoffentlich ist die Stimmung nochmal geil, weil letzter Heimspiel dieses Jahr. Und in Paderborn musst du dir auch irgendwie einen zurechtgucken. Und wenn es wie bei Union Berlin oder auf St. Pauli ist, meine Güte, dann ist es so. Aber Hauptsache Gewinn. Ja, und dann müssen wir uns, glaube ich, alle mal sammeln. Wie auch. Das ist alles momentan ein bisschen merkwürdig. Sehr erhitzte Diskussionen überall, Leute. Versucht euch alle ein bisschen zu beruhigen. Ich probiere es auch. Ich hoffe, die Mannschaft tut es auch. Und holt in aller Ruhe diese letzten verbliebenen möglichen sechs Punkte. Und dann unterhalten wir uns im Winter nochmal neu. Dabei, dabei. Ja, meine Damen und Herren, das war sie. Die 374. Ausgabe des Eintracht Frankfurt Podcasts. Heute mit einem, ja, vielleicht auch kurzen Outro. Wir haben jetzt nichts mit Spieler vor 20 Jahren etc. Gute Tat, weil, wie gesagt, das ein bisschen eine Notfolge ist. Ich möchte trotzdem Danke sagen an alle, die uns so fleißig, auch in diesem Monat oder auch über das ganze Jahr hinweg, kann man jetzt ja fast sagen, das Jahr ist ja fast rum, unterstützt haben. Ihr seid echt mega, mega, mega. Vielen, vielen Dank. Und zumindestens laut Plan wollen wir vor Weihnachten noch eine kleine Folge machen und vielleicht auch noch zwischen Weihnachten und Silvester mal sehen, ob das alles so hinhaut. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal Tschüss und behalte die Social Media im Auge. Da werden wir euch informieren über kommende Folgen. Macht's gut. Ich denke, jetzt geht's. Outro Outro Outro